Hallo und herzlich willkommen zu So geht. In diesem Video sind wir in der Elektrotechnik und es geht um Transformatoren und wir wollen uns heute mal den Aufbau und die Funktion eines Transformators anschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und gebt einen Daumen nach oben. Aber zum Video. Aufbau und Funktion eines Transformators. So ein Transformator besteht ganz grundsätzlich erst mal nur aus drei Teilen. Nämlich das, was ihr hier in Grau seht. Das ist der sogenannte Eisenkern. Und der wird üblicherweise nicht massiv in einem Stück da verbaut, sondern in geblechter Version. Also ich habe echt ein Blech. Ich hoffe, das kann man hier gut sehen. Dazwischen die Isolierung, wieder ein Blech, eine Isolierung, ein Blech, eine Isolierung, ein Blech. Und damit kann man die Wirbelstromverluste quasi gering halten. Man reduziert sie und somit auch Energieverluste. Zum Beispiel weniger Temperaturentwicklung. Der Grund, warum es geblecht ist. Dann hat man eine Eingangswicklung. Also eine Spule, die auf der einen Seite drum herum gewickelt ist. Kupferdraht, der hier einfach zigmal drum herum gewickelt ist. Das ist die Eingangswicklung. Die heißt in der Regel auch Primärwicklung. Und die bekommt in der Regel den Namen N1. N für auch die Anzahl, die man hier drum herum wickelt. Bei mir jetzt gerade 20. Wir haben eine Ausgangswicklung N2. Hier ist weniger drum herum die Verhältnisse, wie man Spannung hoch- oder untertransformiert. Das mache ich in einem anderen Video. Und diese Ausgangswicklung wird auch gerne Sekundärwicklung genannt. Und dieser Eisenkern, der dient jetzt quasi der magnetischen Kopplung dieser beiden Wicklungen, dieser beiden Spulen. Und dann ist auch schon eigentlich irgendwie klar, woher das Schaltzeichen kommt. Aber das ist es ja folgendermaßen. Es sieht ja, hat ja hier vorne das Spulenzeichen und da gespiegelt nochmal das Spulenzeichen. Das ist eben einmal die Primärwicklung, einmal die Sekunderwicklung. Und es zeigt, es gibt ja keine elektronische Verbindung, elektrische Verbindung. Aber es gibt natürlich sehr wohl eine magnetische. Dafür ist eben der Eisenkern. Und jetzt zur Funktion. Wofür mache ich das Ganze oder was passiert dann, wenn ich das so aufbaue? Nun, wenn ich eine Spannung anlege, hier eine Wechselspannung, dann ändert ja die in der Abhängigkeit ihrer Frequenz ihre Richtung. Und ich erzeuge einen Strom in dieser Spule. Auch der Strom, wenn der Fall hier nach rechts zeigt, das ist in Abhängigkeit von der Frequenz. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und jeder stromdurchflossene Leiter erzeugt ein Magnetfeld. Was da so in der Spule passiert, dazu habe ich dann schon mal ein Video gemacht. Das packe ich gerne oben rechts in die Informationen. Und dieses Magnetfeld, je mehr Wicklung ich habe, desto die Magnetfelder verstärken sich. So muss man es wahrscheinlich sagen. Ich erzeuge also eine Inabhängigkeit der Wicklung, die ich habe. Und in Abhängigkeit des Stromes ein magnetisches Feld um die Leiter. Und das wechselt auch die ganze Zeit hin und her und hin und her in der Abhängigkeit der Frequenz. Das heißt, jetzt habe ich ja einen Eisenkern. Also wird dieses Magnetfeld natürlich auch diesen Eisenkern, Wirkung Eisen leitet gut. Und ich erzeuge in diesem Eisenkern einen sogenannten magnetischen Fluss. B, das ist die magnetische Flussdichte. Also auch diese wechselt natürlich, weil der Strom hoch und runter geht. Oder die Richtung ändert, so muss man sagen. Ändert sich natürlich auch die Flussdichte hin und her und hin und her. Und sie ist überall. Nicht nur hier oben, weil ich das B hier eingezeichnet habe. Sondern natürlich ist sie auch hier. Und auch hier geht das Magnetfeld die ganze Zeit hoch, runter, hoch, runter. Und induziert in der Ausgangswicklung N2 eine Spannung. Jetzt muss man aufpassen. Der Transformator, da muss man immer zwei Sachen beachten. Hier gibt es einmal unbelastet. Das ist jetzt gerade der Fall. Also ich habe hier nichts angeschlossen. Jetzt habe ich eine Spannung. Dann ist alles super. Und es gibt den Fall, dass er belastet wird. Also jetzt stellen wir uns im zweiten Fall vor. Wir schließen hier irgendwas an. Der Ausgangsseite auf der Ausgangswicklung. Dann fließt natürlich auch ein Strom. I2. Dieser Strom erzeugt natürlich logischerweise auch wieder ein Magnetfeld um die Leiter. Dieses Magnetfeld wirkt dann quasi gegen das Magnetfeld, was von der Primärerwicklung kam, von der Eingangsseite kam. Und die stören sich so ein bisschen. Aber der Transformator, der regelt sich quasi selbst, gefährt dann quasi diesen Strom hier immer ein bisschen höher beim Belasteten, sodass das da hinten alles wieder passt. Also aufpassen, Transformatoren immer in zwei Positionen betrachten, zwei Varianten, einmal belastet, einmal unbelastet. Das unterscheidet sich jetzt. Okay, ganz grundsätzlich lässt sich aber sagen, so die Idee des Transformators. Ich nutze magnetische Energie. Dann, dadurch, dass die beiden Spulen natürlich magnetisch gekoppelt sind, nutze ich oder wandle ich diese Energie um in magnetische Energie. Und am Ende mache ich aus der magnetischen Energie wieder elektrische Energie. Und beim idealen Transformator geht da auch nichts verloren. Beim realen Transformator, klar, wenn ihr schon mal so ein Ladegerät oder sowas hattet, das wird leicht warm, da geht auch Energie in Temperatur verloren. Da ist es nicht so, dass das so ideal ist. Aber müssen wir mal gucken, welchen ihr da gerade betrachtet. Und für dieses Video soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen.